es war ein bisschen besser so freunde was geht ab willkommen zu dem neuen video und ich bin hier heute bei mutul und caterham deutschland und eigentlich bin ich heute video graf beziehungsweise ich war eigentlich eingeladen um hier ein bisschen spaß zu haben denn wir werden den caterhams ein bisschen driften üben und machen und spielen und da hat sich auch sehr spontanen job ergeben aber nicht schlimm denn der job ist auch geil und ich darf trotzdem parallel noch mit den caterhams fahren und das macht das ganze natürlich ein bisschen stressiger aber ich wollte euch einfach mal mit nehmen wie es ist mit den caterhams ein bisschen ein paar runden zu drehen wird geil also bis gleich dann auf der caterham das sind diese schicken dinge ich bin gespannt du ok darf ich? alles klar Nein, ich weiß nicht. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So Leute, ich habe jetzt den Maverick mit im Gepäck und wir fahren mal zu zweit. So hier, boom, 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 okay. So hier, boom, 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 boom. Okay. Dann fangen Sie sich. No! Es ist so viel schwer, hm? Let's go! Oh, das ist so viel schwer! Geht besser, würde ich behaupten, geht besser, aber es war ein bisschen besser, aber da hinten komme ich nicht klar.